Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen das Schlussresultat der Ständeratswahl 2015, das Startpräsentierung. Eingegammene, eingerechte Wahlzettel von 255.404, gültig 53.638, ein absolutes Mehr von 27 528. Bei einer Wahlbeteiligung von 48,7 von Semski in 35.842 Stimmen an Anita Fetz, was einen Anteil von 66,8. Ich darf Anita Fetz auf die Bühne bitten, für den Blumenstaat. Applaus 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 Applaus